In einer sich rasch wandelnden Welt kann die Industrie gar nicht anders, als bei Themen wie Digitalisierung, Energiewende und kontinuierliche Leistungsverbesserung an vorderster Front mit dabei zu sein. Umso besser, denn unsere Rolle bei Vinci Energies besteht darin, unsere Kunden dabei zu unterstützen. Das ist insbesondere die Aufgabe unserer Marke Actemium. Unser Angebot umfasst sichere und nachhaltige Lösungen und Dienstleistungen über den gesamten Zyklus industrieller Abläufe hinweg. Von Beratung über Planung, Konstruktion, Installation in Betriebnahme bis hin zu Wartung und Instandhaltung. Wir begleiten unsere Kunden in der Industrie mit Kompetenzen in den Bereichen Elektrotechnik, Wärme- und Kältetechnik, Automation, industrielle IT und Anlagentechnik. Unsere Unternehmen konzentrieren sich in ihrer Rolle als Systemintegraturen darauf, die Wettbewerbsvorteile ihrer Kunden ständig weiter zu verbessern. Das heißt, die Gesamtleistung eines Werks mit innovativen Lösungen zu steigern. Dazu zählen Robotik, digitale Zwillinge, Augmented Reality und Virtual Reality. Wir rationalisieren zum Beispiel bei unseren Kunden die Wartung und Instandhaltung mit Remote-Lösungen und Tools zur prädiktiven Wartung, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Maschinendaten werden im Detail analysiert und die daraus abgeleiteten Vorhersagen für eine optimale Wartung genutzt. Für mehr Sicherheit. Wir sorgen für die Brandsicherheit von Industriebetrieben, unabhängig davon, wie gefährlich die dort ausgeübte Tätigkeit ist. Wir sichern alle Cyber-Risiken an der Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und Produktionsanlagen. Wesentlich ist hier, über das Wissen und Know-how zu verfügen, um die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Im Bereich Energieeffizienz umfasst unser Angebot Energie-Audits und Systemanalysen. Um durch Kältemittel verursachte Treibhausgasemissionen zu reduzieren, installieren wir emissionsarme Kältezentralen und Vorrichtungen zur Wärmerückgewinnung. Wir verstärken das Kreislaufprinzip, um Kunden zu helfen, dank Wiederverwendung und Recycling ihren Carbon-Footprint zu mindern. In Werften bauen wir Elektro- oder Hybridantriebssysteme in Marine-, Handels- und Kreuzfahrtschiffe ein. Ob Monteure, Prozessingenieure, Data-Scientists, Mechaniker oder Elektriker – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen eine zentrale Rolle für eine leistungsstarke, klimaneutrale Industrie von morgen. Wäre das nicht auch was für Sie?